Oh, Entschuldigung, ich habe das Spiel gespielt, das heute in unserer Sendung läuft. Florence Jackson, ein gewöhnlicher Mensch, der über Nacht zum Millionär wurde. Er hat ein Vermögen verdient und führt nun ein eigenes Leben, kauft teure Geräte und Kleidung und hat sich bereits ein neues Auto gekauft. Ich teile diese Anwendung mit Ihnen. Gehen Sie zur Beschreibung und erhalten Sie einen Bonus. Untertitelung des ZDF, 2020